Es ist an der Zeit, eine Lobrede auf Sie zu halten. Auf Sie, die Produzenten von Schweizer Gornichons, die diese Pflanzen zurück auf unsere Felder gebracht haben. Sie sind mit der Unterstützung der Firma Reitzel das mutige Wagnis eingegangen und pflegen diese zarte Pflanze Tag für Tag. Sie geben ihnen genauso viel Wasser und Sonne, wie sie braucht. Sie setzen sich für unsere Kultur und unser Erbe ein. Mit den Hugo Gornichons in den Regalen von Coop teilen Sie das Leben der Schweizer. Gut gemacht und danke, dass es euch gibt.